So, ein herzliches Willkommen liebe Freunde vom Formel 1. Ja, wir die Happy Farmers starten wieder eine weitere Runde hier in unserem Spiel Formel 1 2020. Wir sind heute in der sechsten Tour und um die Runde in der sechsten Strecke. Wir sind heute in China unterwegs. Es ist trockene, ja, die Strecke ist trocken und wir fahren hier das Qualify. Und da würde ich euch heute einfach gern schon mal mit hinzunehmen und wünsche euch schon mal viel Spaß dabei. Ich würde sagen, lasst uns wieder zu den Jungs zurückgehen und mal Hallo rufen in die Runde. So, jetzt sind wir live dabei. Ich auch. Du auch, sehr schön. Aber du noch nicht, ich sehe dich nicht, wo bist du? Ich bin noch in der Box. Ich auch, ich schaue mir erst mal Schauspieler anderen an. Mensch, du, Räumstand von hinten auf. Bist du? Fertig, bereit. Dann schauen wir mal. Wagner-Roth geht auf die erste schnelle Runde. Ne, hier müssen wir mal gucken. Oh, gut, der erster Sektor. So. Man muss hier aber langsam einfahren. 24, 7, 4, 3. Ich denke, 28, 7, 8, 3 im zweiten Sektor ist auch deutlich besser als was du im Training gefahren bist. Ja, ich habe heute nicht mal neue Reifen drauf. Also, das wird auf jeden Fall erstmal eine neue Bestzeit. Oh, Julian. Er ist doch gar nicht dabei. Das ist der Trick. Ja, wahrscheinlich. Okay, ich halte mich ab. Kann so spät bremsen. Wie geht das denn? Ich rutsche mal weg. 328 an Topspeed. Temporada Platz 9. So. 1,35, 2. Alle Achtung. Das ist auch mal eine Ansage. Das ist echt eine Ansage. Regen in 10 Minuten, sagte er mir. Was, Regen? Das hat mir Jeff gerade gesagt. Ich weiß nicht, was euer Jeff zu euch sagt, aber zu mir hat er gesagt, Regen in 10 Minuten. Ich habe Jeff ersetzt durch Brian. Ja, und ich habe Jeff ersetzt durch niemanden. Der redet bei mir nix mehr. Oh, oh. Den habe ich zum Rasenmähen geschickt bei unsere Schafe. Mit dem Rasenmäher, wo ich die geschickt habe. So, ähm. Oh man, wenn es in 10 Minuten regnen soll, kann ich zwei Runden auf den Reifen fahren. Wenn das nicht reicht, ziehe ich um. Also nicht ich selber, sondern die Reifen eigentlich. Oh, schickt habe ich auch gerade bekommen. Ach, ich brauche doch einmal auf das Rennen fahren. Das Regen im Regen, äh, im Rennen nachher nicht. Bock lang gezeigt. So, jetzt muss ich mal eine Königsdisziplin schaffen, die Einfahrt in die Boxengasse. Ja, andere versuchen ihre Zeiten zu verbessern. Melft übt einfach mal an die Boxengasse zu fahren. Ja, eben, mein Gott. Probiere auch mal, die Strecke zu fahren. Ja, genau jetzt euch tranken. Soll ich noch mal ganz kurz meinen? Das ist mal ein Polyfying, weil da der Motor einfach auf Maximum getrimmt ist, verbrauchst du recht nicht die Sprit. Alles ist ja einstellender, du musst ja nicht auf Maximum fahren. Naja, aber da, also bei der Zeitrunde wird sich's anbieten. Also, macht Sinn, also wenn du auf der Zeitrunde auf Mager fährst und ich weiß es. Ja, da, da machst du irgendwas falsch. 1,33, 8. Aber rat mir doch einer einen Storch, ey. Wie schmeckt sowas denn? Ich weiß es nicht. Sag mal, wie schmeckt das? Nee, nee. Da kommt ein... Da kriegst du schon noch hin, Brian. Du guckst dir das ja jetzt alles in Ruhe an. Oh, einer hat das 50er-Schild umgenähtet. Warum? Das brauchst du doch, oder wie? Ja, klar. Ich weiß, du sagst nicht, ich muss ich bremsen, weil ich... Ich hab doch keine Linie. In diesem Moment, wo ich meinen Motor auf Volllast fahre und ich immer noch nicht vorankomme. Hau mal. Hau mal alle die Streckenposten da mal weg. Wir können das lieb und nicht, ich bin doch keine Maschine, sondern ich hab doch keine Linie. Da fehlt schon wieder ein Schild. Ich ahne, sag mal, Leute. Weil ich die Linie anmachen muss, ne? Dann fahre ich euch in Grund und Boden, ne? Ich sag's euch. Oh, da bin ich fast weggerutscht auf dem Gras. Auf dem Rand, krass, dings. Bumms, Bumms, Kran und überhaupt. Hier brauchst du kein Rasenwehen. Ähm, Toni, irgendwas ist mit deinem Mikrofon komisch. Du hörst dich irgendwie so... Lächern an. Echt? So ein wenig... Ja, vielleicht ist man mit R2-D2. Bipipipipopup. da ist doch der orange ball bb2 oder besser keine ahnung wie der ist erzähl noch ein bisschen mehr 10 franken aus seiner jugend was soll ihnen erzählen er hat so ein komisches krisseln oder rauschen im mikro mir fehlen definitiv diese zahlen einer seite ist nicht gut du brauchst eine hustinette oder ist ein kabelbruch wahrscheinlich falsche usb eingesteckt der mikro kommt in die pubertät er hat kabelbruch ich habe echt keine ahnung woran das liegt ja es hat aber was das hat zum aus mister robot mäßiges gucken mal ist doch auch nicht schlecht jeder kollege hier fährt domo arigato mister robotto einfach schlecht aber weil ich kann schon mal das geht schon mal wieder nicht ja ich noch in der aufwärmrunde oder quali und aus auslaufrunde in sechster dann tony samstag und selbst der eierkuchen ist vor mir aber ich habe hamilton geschlagen immerhin das ist doch schon mal was aber haben wir wieder der lewis lewis ja du fährst mit intermedien schon ja okay seine eltern haben wir nach einer jeans benannt ja aber wir haben vergessen dass man leweis mit v schreibt und nicht mit w wollten sie abheben naja die wollten sich abheben früh gebremst ich krieg den bremspunkt auch im letzten sektor mannich hin ja da bastel ich einmal dran rum in der einen spitzkehre der die ist heftig habe sprit über für 0,1 und 0,008 0,005 ok das hätte noch einmal gereicht du das wird sowieso keine bestseite gleich wieder das einfahren in die box üben ich guck und was hast du dazu ganz stark gemacht ich habe geübt wie ich eine boxengasse fahre nachher wenn wir im rennen sind wagneröck was macht als erstes nachher boxengasse zweite runde boxengasse fährt immer über die boxengasse anstatt über die strategie ist nicht schlecht wenn du die einfahrt perfekt beherrscht also es ist der zeitlich für dich auch ein vorteil jetzt auch ich falls einmal mal rein und wieder raus waren sie nicht über los waren sie direkt über die posten boxengasse kinaassen dass die boxgasse jungen was sind das für zeiten nehmen sie gleich ihren techniker mit drei sekunden und wo sei der platz für mein waffensystem offizier der muss doch hinter mir sitzen dieses kleine männchen da hinten die oder wenn wir wieder bei r2d2 richtig das ist doch immer hinten und bedienen dann entsprechend die gerätschaften die frage ist ob ich jetzt noch mal rausfahre oder ob ich drin bleibe raus ist schönes wetter ich habe jetzt mit mediums gefahren ihr müsst alle auf soft starten und starten und ich starte auf mediums das heißt ich kann länger draußen bleiben das regnet doch eh gleich ja aber im rennen ja wohl nicht es nicht genehmigt hast du dich gesehen wie ich getanzt hat ich habe gehört es muss regnen der weizen hat stress sechs minuten noch ja ich habe es geschafft aus der box zu fahren so liebe leute ja also schauen wir mal auf welchem platz wir am ende jetzt hier landen werden ja während fahren bin ich immer ein kleines bisschen ruhig wenn ich mich hier konzentrieren muss warum ist nicht ganz so schnell ja also ja spitzenreiter ist natürlich in zu idino der sie unser formel 1 meister eigentlich kann man sagen ja dann müssen wir mal gucken wie man heute abschließen ich würde es einfach sagen wir sehen uns nachher wieder wenn es dann ins rennen geht das heißt ja wir werden sehen wo wir dann starten und ich wünsche euch bis dahin machen jetzt eine kleine pause und ich hole euch wieder rein sobald wir wieder weitermachen ja eigentlich ist es eigentlich eine strafversetzung beantragt ich weiß nicht warum er die nicht bekommen hat ja ich habe sie wieder gegen beantragt und wir starten jetzt vor mir und los geht's haben wir schon überholen ja nein bis zum schluss da kommt schon vorbei ihre kollegen oder tun jetzt ein teamkollegen weggeschoben der eierkuchen ist am eiern das ist super das heißt wie darf jetzt keiner überholen nein du musst positives delta behalten oben rechts muss der grün sein wenn rot ist langsamer werden das auch noch brems doch nicht hier wie die irren wenn wir den toni dem schwamm player bei der drauf hinter mir drückt der julian ein teamkollegen druck überholt mich nicht das darfst du nicht mail für schnuss geschafft gleich am anfang hier so innen vorbeizogen ich habe am start mal differenzial auf 100 prozent gestellt damit ich maximalen grip habe ich habe gemerkt irgendwas hast du was anderes gehabt ich habe bei mechanik aufgepasst das war's oh man jetzt habe ich drei sekunden strafe gekriegt eine durchfahrt strafe auch noch was ist denn eine durchfahrt strafe ich muss durch die box fahren die schaut richtig der ob dann oder hast du das geübt wer schiebt mich denn da mich hat auch gerade so eine kai geschoben toni der kamikaze fahrer du aber jetzt hat er sich selber rausgekagelt jetzt hat er sich selber rausgekagelt und wir sind erst mal letzter wie jetzt achso will ich die durchfahrt strafe muss ich immer gleich absetzen oder wie ja ich mache das lieber jetzt okay das vergisst das was war vor einer runde jetzt muss ich langsam mal ein bisschen auf touren kommen vielleicht kommt er noch mal ein virtuelles heftiger dann bin ich mindestens wieder hinten dran ach nee kinders kinders du sagst dir so ruhig hätten wir es haben können ich kürze ich gerade wieder und er erzählt mir irgendwas von einem boxenstopp ja wahrscheinlich hast du die nase verbogen ja vielleicht ist irgendwas bei dir kaputt also ich meine nicht bei dir sondern beim auto ja ich habe das auto gerade repariert vielleicht haben sie nicht alles gemacht das kann das erlebe ich in echt auch manchmal oh ja ich habe ein auto in den bergschlepp gebracht standen 25 kunden in der box drinne warum haben sie nicht alles gemacht hat nicht gereicht guck mal ob noch ein monteur neben dran herinnen sie ist druck machen ja auf jeden fall schon mal wieder ein bisschen den anschluss gefunden oh wir können ds verwenden heißt dass ich kein schießen oder so ich meine glaub das war das ja das war das glaube ich ja distanzreich weil du bist dann kannst du durchladen ja so wie bei so wie bei mario kart zum bananen schallen auswerfen und so ich den zusatz mod haben beantrage ich hier mit die schreibt die xml die lege ich in die kneipe die bananenschale ist finde ich ja witzig er muss auf jeden fall muss auf dem klo kondomautomat auch ja auf jeden ja das ist was sagst du ohne witz und zigarettenautomat wollen eigentlich darf man ja nicht auf diesen kneipen macht was den zigarettenautomat raus auf der terrasse hast du dich jetzt wegen mir noch mal weg gedreht tony ich hoffe nicht er kann innen auf die kürze und ich kann mir dann bin da innen reingestaut hat gedacht komm den kriegst du da wird gewinnert sie vor mir ich bin 18 war du holst auf das reicht noch für den platz 1 ich habe kompletten anschluss verloren habe ich mag müssen vor mir ist bitte mal heikel ich mag das nicht gerne man muss auch nicht gegen fahren meistens fährt er gegen ein und die samstag fährt in die box am kran wieder verbremst am kran lieblings stelle oder jetzt weiß ich einfach nicht warum das so umgerechnet wird man bin ich schuld er sagt noch fahr nicht gegen den markus und ich mache es natürlich habe ich mich verstanden ich habe den eierkuchen vor mir für runden fahren wir überhaupt jungen 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 der hat mich schon mal fast in der hose gemacht hier wäre ich ja fast drauf geschossen du jungen 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 also ohne bremslinie ist echt mies zu fahren ich werde ihn ganz knapp hinten draufgeballert wenn ich nicht ausgewichen wäre da wäre die kiste aber völlig im einmal gewesen keine probleme mit der reifenabnutzung sei weiter vorsichtig wenn man selbst die kamen du fahr irgendwo rein du willst auch das safety gaben ja das war's das war's das war's das war's das war's das war's ja könnte sein dass wir da gerade an einem safety gaben stellt nein noch nicht das kann noch ein bisschen warten ja ich weiß schon mal noch wärs zu früh nein nein oh reiken schaden joo leer wie leer kein sprit mehr gibt es ja gar nicht doch bei roller wow aber gut ja ich hör zu viel radio ist doch egal kann man irgendjemand gucken wie viel von meinem flügel kaputt ist wenn du ein bisschen langsamer fährst dann komme ich dann kann ich dir gucken ne kannst du mal anhalten ne sorry ach komm einmal ist einmal ne ich hab einen termin ne auf dem protest oder was genau ich hab einen termin das ist auch geil ne ich hab einen termin ach doch ach doch ich muss mich beeilen dass ich dich noch erwische die machen zeitig zu dir und sagt sie wollen zeitig in feierabend heute wieso ist eine gelbe flagge wer ist er vor mir ja wir müssen jetzt auch die blaue flagge haben habe ich schon gewundert her die regen ein kran ein riesenrad ist doch alles da kran fange in die seite baby gas nie und ich krieg die schuld jetzt schon wieder oder was ne das ist immer ganz klasse oh yeah safety car warum ist ein safety car da ja sony ist ausgeschrieben während wir uns empfehlen vermute mal der hat einen schaden also nicht ich meine das auto ihnen eine alternative strategie in erwähnung ja das hoffe ich ich werde schon langsamer was soll ich denn machen soll ich parken oder was mensch quatsch nicht ich will den knopf drücken quatscht du mir einen zahnlocker hier ich hab ich weil ich mir egal mehr dass ich zu schnell bin komm 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 los geht's du musst an der box und fahren alle in die box habe ich was verpasst du bist sowieso safety car beste gelegenheit ja ich fahr doch los aber das tolle ist ich brauche jetzt nur noch einmal reifen wechseln oh an self reliefs beim mercedes wir haben den zu früh losgelassen in sparen ich hab das gesehen naja du mich auch ich hab videobeweis ist okay kannst du dir mal einreichen mal gucken ich hab meine dashcam bei mir steht jetzt ich fahr doch hinter dem nächsten in der seite ja du solltest das nicht überholen bleibt das seins überhole es nicht der kommt wieder weiß ich was er von mir will ich hab meine dashcam aktiv ne ich werde das melden ja nicht in ordnung was ist husky chocolate ist das schokolade für runde oder schokolade ausrunden das zweite wahrscheinlich muss ich mal probieren ich bin halt noch eine runde hinter am safety car das ist mein problem ach so okay du darfst aber bald überholen ne ich glaub nach dem nächsten start und ziel darfst du glaube ich uns alle wieder überrunden musst du mal gucken du müsstest ein hinweis kriegen also bei mir steht bleibt mit das eins ja aber normalerweise ist das so dass die überrundeten irgendwann an safety car dran vorbei dürfen ich bin gerade mal eine runde gefahren und so eine reifen abnutzung ich wechsle mal wieder reifen ich behalte die nicht würde ich auch nicht ich würde die grünen aufziehen falls regnet ja ich glaube die blauen die halten länger meinste ne aber ich hab die roten genommen aber die haben jetzt schon 7% ich bin damit nur aus der box rausgefahren okay damit kannst du nicht mehr 10 runden fahren oder haben die mir einen gebrauchten satz gegeben es wäre mies das kann natürlich sein du bist ja die letzte rundenzeit lag bei 1 49,9 was machen die denn hier so langsam na das defikat ist geht mir auf den keks hier echt wie lange ist das noch da was denkt ihr eine runde noch auf jeden fall ja wir haben ja dann überhaupt gequatscht dass es da ist toni hat sich glaube ich verabschiedet bei mir stand blue hat die session aufgegeben ich habe nur eine info bekommen acht runden ist muss man noch mal die box fahren nutzt alles nichts weiter gerade bei der box ich bin da seins der safety hat kolonne ich habe eierkuchen hinter mir liegt das relativ spitzen kurve aber nicht die spitzkehre vor bei der start zielgeraden da wurde erste sektor gemessen wird dahinter nicht mehr eingeholt auch kommen du bist eine minute nur hinter uns ja okay dann geben wir mal gas noch sind die richter nicht aus bei dem safety kam nein wo ich habe im labern ist erst mal diese spitzkurve hinbekommen er fährt aber extrem langsam absolut langsam ich werde mich beschweren bei der fja mit schulke mal charlie wiking an ich sag das geht so nicht boah da fliege ich ja schon raus hier fast so lohmelig wie der fährt safety kam muss reinkommen und man teile sind weg wo immer auch die gewesen sind ich war hier eine rote sektorenzeit nach der anderen komisch ist das gut oder ist das schlecht weiß ich nicht auf jeden fall sprich sprich dabei aber kommen fährt das jetzt noch eine runde klingt immer noch glaube jetzt wird er glaube ich werde um eine box gefahren sonst jetzt okay das safety kam kommt in dieser runde rein wir werden das tempo des feldes in sektoren steckt ich weiß wie man das macht dann weil sein weg das safety kam das hier gleich ist hast du noch das war noch 30 sekunden habe ich noch 30 und ich habe ricard überholt was für ein hammer manöver also ein starker verbremsen oder war alles wieder für die katz gut aber dann können wir noch hinter uns halten man 21,2 sekunden zum nächsten noch ja gut hallo ist er mit macht platz oder macht seine ordnung was das genau ja hoffen dass man sagt kommt ja ich habe überholt um eine verwarnung zu kriegen der abstand zum hintermann der 3,7 sekunden dachte ihr das langsam komme ich mich jetzt fahr ich hinter chuck tag seinem sohn war neben juvinazi und jetzt fahr ich wieder hintermagnosen wo habe ich sauber gemacht ich habe nirgendswo sauber gemacht sagt er das bist du die neue putze da hast du schon richtig in vertragen unterschrieben ja jetzt sind schon 24 sekunden oh und der schwabel er legt erstmal wieder ein in den asphalt hier unser abstand zum teamkollegen beträgt 10,1 sekunden nein bei 10 sekunden strafe krass hat er gemacht mit dem reingefahren selber schulde ich habe auch strafe aber ich hoffe dass ich zehn sekunden auf dem dritten rausgefahren kriegt oder auf dem vierten nachher nicht eine sekunde schneller werden das war's er sagt das virtuelle safety cars draußen kann ich das irgendwo sehen hallo jetzt hat er zeit zum mikro reparieren ja und ja ich habe den schaden zieht sich das irgendwohin oder scheiße ich bin doof ja bist du wollen wir dich in die box gefahren ja mein mikrofon war nicht direkt kaputt ich bin nur auf die stummschalttaste gekommen bis ich das jetzt herausgefunden habe okay krankheit ich dachte nur sei kaputt weil mel vorher meinte das hört sich ein bisschen komisch an hat sich auch komisch angekürt jetzt besser ja weil ich hatte es mal komplett ausgesteckt und wie ich das schon mal beim multiplayer gemacht habe dass ich das mikrofon raus gesteckt habe da hat mich dann danach auch keiner mehr gehört und da wurde mir dann gesagt das passiert öfters wenn man das mitten im spiel aussteckt dass es probleme macht ja mein kran und ich ich bin auch gerade bei dem kran ausgeschrieben ich schaue gerade den schwaben player zu er macht einen guten job der kran führer also das geld hat sich lohnt zu investieren ich merke schon der ist halt echt interessanter typ ich merke schon bist du sicher nicht ich guck mal genauer an mach mal ja bei mir war das problem ich habe ja zuerst einen schwaben player berührt ja ja da hat es mich raus gedreht du konntest nicht erwarten wir haben uns auch einmal kurz getroffen genau und dann als ich gerade wieder so schön in meinem rhythmus war bist du von hinten gekommen hast mich komplett raus gedreht und dann habe ich wieder meinen rhythmus gefunden und irgendeiner hat irgendwas lustiges gesagt und dann war es wiederum ich versuche es bei brian ja auch schon mal die ganze zeit aber jetzt hat es geklappt der kran führer hinter mir ist gelbe flagge wieso auch immer ich will doch der safety karte ja ihr fällt auch nicht zurück was hast du getan was habe ich getan was haben wir getan was ist als fällt der ein ragnarik sagt mal geht doch einfach mal weg wenn einer von hinten kommt soll es ja schon bestimmt langweilig ich drehe einsam eine kreise ja das ist manchmal blöd wenn man vorne auf 1 steht und so nix machen kann außer fahren außer da wird es dann mehr ist spannend wenn wieder safety kommt muss auf das hat man gerade schon mein fußig eingeschlafen von dem langsamen gedruck ich hatte es eigentlich gehofft nachdem mich kurz berührt hatte und so habe ich kochen ja gut vielleicht kommt irgendwie safety k ich komme nicht mal den millions ran das ist mercedes power sage ich euch immer stimmt da nicht die haben getrickst du nicht welche runde seid ihr 13 13 na du bist auch draußen ja auch bei ihm war es nur ein virtuelles safety car ist nicht ganz so schlimm gemacht anscheinend nicht ganz ich habe ich bin den grad rein geraten komplett aber gut da warst aus dem weg ja rein fährt voll kamikaze mäßig ich halte mich auch jetzt ist er gerade einen ganz gefährlichen vorbeikten er gab es nicht dann torpedos der das gefährlicher wird ich mag ihn eins nicht soll ich sagen ja ich habe den grad verwechselt mit rüssel aus dem weg ich fühlts schön dass sie meine namen langsam ich hab die an vielleicht setzt ja auch hamilton durch hamilton definitiv ist bestimmt ein bruder von ailton kleines dickes ailton oh das darf man nicht sagen wir nehmen wir auf aber ich finde es gut dass ich genug sprit mitgenommen habe ich fahre die ganze zeit schon auf wenn ich habe mir darauf ist ich habe halt dicker knochen ich habe heute die klinik ich habe war warte in so du fährst gerade hinter dem größten talent der formel 1 hinterher sohn von schack da waren wir doch soll ich auf mischung zwei umstellen so dass denn mein kollege in der boxengasse soll mal vorkommen sind wir jetzt eigentlich fertig wir fahren noch die ausgeschiedenen ja ihr könnt jetzt auch dumm sabbeln oder ein bisschen zu gucken oder ja ich schaum in so die ganze zeit ja das ist ja okay alles klar bis dann drei sekunden ist der laktenrück vor mir verbrenzt aber du warst schon mal direkt hinter mir wegen der abkürzung weil ich ein glück wo habe ich dann abgekürzt du was du sagst die leute vom kranschottert lassen mit alle mitnehmen ich hab gehört hier am bier echt du musst auch mal einen stopp einlegen welcher runde war das safety car acht oder so acht ne die reifen halten überhaupt nicht die reifen sind noch in gutem zustand ein teamkollege hat frische reifen auf platz vier wo könnt ihr denn ziel fahren es ist einfach weil wir weit vorne in den punkten ich sag mal ein teamkumpane und da ferner liefen oder guckst du dich auch noch vor einer stecke nein scherz das ist ja irgendwie nicht so schön ich bin jetzt anders vorgestellt alles klar komm am ende dieser runde rein bitte Leute am Larry weh jetzt m toll ich bin was hast du gesagt so ist das auto ist wieder ganz stimmt die frau ja noch einen frontspot ich war schon seit runden ohne rum seit der safety phase deswegen bist du so schnell du fährst ja mit illegalen teilen das werde ich auch melden ich war ja ohne deswegen sind wir zuvor so gut ja und gewichtsersparnis der wird mein tank auch noch permanent leere auf platz 3 ist ein ferrari das potenzial aber hamilton ist auf 6 6 naja das ist gut am elton meine tschuldigung ja hier im spiel darf man nach vorne kommen auf der halbe ist ein echte space-meister wird es mal zeit für einen neuen spoiler ich habe erst verstanden es wird zeit für einen neuen boiler ich dachte dass der schon wieder für illegal ist mit an bord eine dusche schon umgebautes wohnmobil war da deswegen guckt der kranfahrer wahrscheinlich immer danach das hat er denn geklaut ich bitte mit der fährt doch mit holzschuhen mit käse ich muss sprit sparen def droht mir das war unser letzter boxenstopp jetzt hier wir holen jetzt hier schon mal den grill raus du kommst schon mal wieder ok du warst schon mal harte gesellen da du ryan geh du wieder in die box mach du mal ingenieur kann jetzt gerade nicht ich muss mich bei beiden sonst darf ich nicht dein teamkollege werden du bist doch vor mir ja noch ich weiß doch nichts ist unmöglich ich fahr Ferrari und kein Toyota amilton wird gejagt von Riccardo den blühen die bremsen habe ich beobachtet beim vorbeifahren im Ailton nee war er Riccardo bei Riccardo feierkuchen auf 3 das gibt es noch gar nicht jetzt gibt es aber du ich wollte gerade sagen du holst den Messer und Gabel raus du jetzt ist Feierabend jetzt ist das mit lustig ich sehe gleich was noch ein Strich vorbeiziehen hier wahrscheinlich ich habe mich schon ordentlich gezogen was erlaube sich Hamilton fahrrad in die Flasche leer und dann zieh da ein Kollege hier mit wir hätten dir eine freiwillige Windschatten gegeben und ich sage auch ich weiß nicht entweder haben sie was gegen dich oder sie sind einfach für mich das kommentiere ich jetzt nicht kannst du ruhig bist ja weit voraus naja 30 Sekunden was sagen also du hast einen Sicherheitsstopp kannst du zum Schluss nochmal extra in die Box fahren für die schnellste Runde holen könnte ich theoretisch machen aber ich überlasse die immer dir gerne aber du bist jetzt ein Punkt mehr kriege genau weil das witzige ist es geht doch nur eine schnelle Runde ja danach sind die Reifen schon sofort hinüber ich habe das Gefühl na die Roten bauen schon unheimlich schnell ab wenn du da richtig Gas gibst die Roten die haben mich erst erschrocken bei der Ausfahrt der Boxengasse ich hatte ja sofort 7% danach drauf und das waren neue Reifen hinter einem Safety Car das ist echt Irrsinn das waren echt neue ja neue Reifen und dann habe ich irgendwann mal geguckt dachte ich ja guckst du mal wie lange kannst du mit den Reifen fahren ja da hängt aber vorne rechts 6% vorne links 7% das kann ja nicht sein ich habe dir bis auf 70% runtergefahren gerade 70%? ich habe mich das nicht getraut ich habe bei 59% bin ich gewechselt ich auch also ist die wohl nicht länger fahren aber das bringt ja noch kein Zeitvorteil mehr verlierst mehr als alles andere ja ich merke gerade ich fahre jetzt hier mit den mit den neuen gelben ganz andere Zeiten ja ja mit den wenn sie zu arg abfahren sind rutscht halt bloß nur durch die Gegend naja ich habe jetzt zwei rote Reifensätze 18 Runden gehalten also sollten die gelben jetzt eigentlich bis zum Schluss halten das ist zweimal rutscht gefahren ok gut ich hatte mir welche schon hier sowas fleißige Boxen Ein- und Ausfahren übt denn ja da muss noch einmal mehr reinfahren ne ja und dann die Safety Car Faser hat ihr den ja auch noch angeboten ja ja aber ihr habt Mercedes-Motoren ihr habt einfach einen Vorteil das witzige ist es ist gleiche Autos eingestellt aber ich glaube das nicht man hat man schon das Gefühl dass die Motoren dann doch teilweise ein bisschen besser sind oder wenn du denkst oder du fährst mit so extrem wenig Flügel dass das passt oder vielleicht kommt es doch besser aus der letzten Kurve raus ich kann es ja nicht mehr kann ich sagen kann natürlich alles sein ja gut die Einstellungen sind ja schon immer ein bisschen sogar rutschen leider an der Waage manchmal ja also ich fahr grundsätzlich immer gerne mit mehr Flügel weil du halt in den Kurven schneller und besser fahren kannst also ich mag das wenn du den Wagen durch die Kurven prügeln kannst und der aber haften bleibt und wenn du die Flügel zu flach stellst dann kannst du das vergessen oh ich will schon wieder auf dem dritten ja und selbst in meiner Zeitstrafe bin ich auf dem dritten im Hintermann beträgt 28,8 Sekunden sie fahren mit alten Mediums ihre Reifen sind 3 Runden alt die letzte Runden Zeit lag bei eine Minute 36,6 ach ja ach und Zeit meiner Reifen auf jeden Fall mein lovely Mr. Kranfahrer heute fahr ich mal an dir vorbei oh man das sollten reichen ja mein Reifendrucksensor ist kaputt was warum er sagte gerade ach sagt der ja alle vier Reifen stehen auf 0 bar da du nicht auf vier platten Reifen unterwegs bist werden wohl die Sensoren kaputt sein tolle Erkenntnis na super das gucken wir mal an ich probiere es jetzt aus gell ja halt mal kurz an dann guck mal nach ja genau guck halt mal Reifendruck sehen muss aussteigen dagegen drücken ne ich kann es dir ja gleich sagen du musst in der Multifunktionsanzeige ich sehe Temperaturen ja warte doch einen Reifendruck sehen oder? ne ich sehe über nur Temperaturen kann auch Karl leider nicht gucken weil ich hab mit den Kurven warte ja ich kann Reifen ab Nutzung und Temperatur sehen aber nicht den Druck stef wieso kannst du mehr sehen als ich? wenn er Chef ist ja so warte mal du kannst dich ja mit dem Ingenieur unterhalten na fragt ihn das mal direkt wieso kannst du mehr sehen als ich weil ich die besseren Augen habe okay ich will auch nicht nur zu reden dass wir mein Kran sag mal denn das soll man ordentlich gucken ja das ist schon Wahnsinn was wir vom Einzbacher leisten müssen ne ja Reifendruck gucken Kräne ignorieren ja genau dann dann sich noch mit Chef unterhalten ja das krass und die heißen auch alle Chapters einstellungsvoraussetzung ja das krass hinter dir jede Runde etwa sie möchten wir bei uns in den Löwen wie heißen sie? aber leider keine Chance könnten sie sich vorstehen ihren Namen zu ändern das ist so wie Praktikanten immer Justin heißen oder Kevin die bewerben sich wahrscheinlich schon so die heißen wahrscheinlich ganz anders aber die wissen schon sie kriegen nur den Praktikumsplatz wenn sie sich so nennen ja muss doch immer aufpassen wenn dann mal der Lehrer zu Besuch kommt um zu gucken warum durfte sich ja da andere Kevin in Wolf tanzen genau schöner Film ja Jeff wie ist mein Reifendruck? weißt du hast da gesagt? ich kann ja per Mikro mit ihm sprechen ich hab die Mikrotaste gedrückt also hier für Jeff hab gefragt wie ist mein Reifendruck und er sagt bestätige ja aber was? ich wollte wissen wie mein Reifendrucker ist hier ich bestätige er mir nichts von kaufen ja er wollte nur sagen Reifendruck ist da genau also hat er Kopie gesagt Reifendruck ist da ja immer gut wenn man es nicht versteht was sagt der denn bei mir? negativ? keine Ahnung sag mal sag mal du hast du die Serie ich will raus mit wo die Mikrotaste bei mir ist du hast ja die Serie mit Jeremy Dingster ja gesehen ne? mit Clarkson ne? mit Jerome Clarkson du kannst dich doch an den einen erinnern der für in die Mauer gebaut hat immer gesprochen hat der ihn nicht verstanden kann er hat ne? weißt du nicht mal ja ne? ich ja die Fokuhila Opa ja ja genau und so ist das bestimmt hier auch du erzählst dir irgendwas und der denkt sich ich hab keine Ahnung was du mir erzählt aber ja ich bestätige ja genau einfach mal ja sagen ja ja ich muss auch weiter ja genau mach du mal ja aber auch in echt sind diese Funksprüche wenn ich Formel 1 mal gucke sind manche Funksprüche da denke ich mir auch ähm was haben die gerade gesagt also ich sage ja ich verstehe darauf was nix ich sage ähm zum Teil muss ich auch sagen das hat man jetzt am letzten Wochenende auch gesehen auch von bei Red Bull wo man das Gefühl hat als Versuch nie vielleicht absichtlich was zu verschlüsseln ja und was ich ein riesen Phänomen finde ich behaupte dass Hamilton mit seinem Ingenieur eine Geheimsprache entwickelt hat wo der immer sagt so nach dem Motto ach ich hab Graining an meinen Reifen hast du nicht gesehen und der weiß ganz genau was er meint also der meint nicht dass die Reifen schlecht sind sondern wo dann immer so und der Fange 60 Kommandatoren schon jetzt mal manchmal das Gefühl hat er kann trotzdem da noch einen drauflegen und wenn die Reifen so schlecht wären das ist ja eigentlich gar nicht ja eben genau ja ich spreche sie wahrscheinlich vorher heute ist Gegenteiltag ja aber ja nee aber ich meine ich bin das an sich nicht schlecht weil ich das auch übertrieben finde dass solche Regeln gemacht werden so nach dem Motto es darf gewisse Absprachen nicht geben fände ich Humbug ne weil ja darum haben sie sich ja auch diese diese Dinger einfallen lassen mit Plan A und Plan B genau ja wo keiner weiß was 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 ist das für ein Plan ja 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 die Fahrer selber wissen es natürlich aber ja 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 ich war nicht mehr gut von jef. funkt euch Achtung Plan A Plan A Punkt zu zurück äh was ist Plan A das war doch beim letzten Wochenende so ich weiß nicht mehr wer es war irgendeiner hat gesagt dass ihr mit Plan B nicht lang weiter kommen werden und der Ingenieur fragt ihn was ist Plan B das muss noch besprochen hat oder ich finde es auch immer lustig wenn verstappen oder reichkönig sind dafür bekam wenn dann der ingenieur sich bei ihnen meldet wenn die dann zu denen einfach sagen haltet die klappe ich fahre ja das muss ich sagen ich fand ich ein chemie reichkönig schon immer genial ich erinnere mich auch mal frage einen funkspruch wie sind angefunkt haben und er dann sagte lasst mich in ruhe ich weiß selbst was ich hier tue es stimmt aber auch weil der fahrer sitzt ja im auto und nicht der ingenieur es würde mir auch gesagt gehen wenn du versuchst wirklich hier zu kämpfen bestzeiten rauszufahren und ist wahrscheinlich über dem limit dann hast du keinen als ich könnte das glaube ich nicht mich darauf konzentrieren dann sagt einer zu dir ja kannst du vielleicht mal aufhören in der und der kurve oder eine kürze fahren aber das weiß ich nicht was oder probiere mal den knopf 13 zu drehen oder sowas ja das ist das was ja auch immer durcheinander bringt wenn wenn irgendwas anders läuft wie geplant wenn sie dann immer sagen dass eine alternative strategie haben dann musst du dir die angucken und dann gleichzeitig noch auf die strecke ab und dann musst du gucken ob du die bestätigst oder nicht also in meiner meinten karriere ist es so ich lege mir jetzt meistens zwei strategien zurecht also eine gebe ich eigentlich fahren möchte und im kopf habe ich immer einen plan b sozusagen und es ist mir völlig egal was der mir vorgibt wenn du gleich von 70 immer weil in der meinte auch in der meinte karriere habe ich das phänomen der zeigte ja an wie du mit dem reifen fahren kannst und in der meinte karriere schaffe ich es wenn der zeigte wie an dass du nur zwei stops machen muss sonst kommst du mit den reifen nicht hin und in der meinte karriere schaffe ich es oft mal nicht immer aber meistens dass ich nur einmal die box fahren muss also klar fahr ich die reifen dann auch zum beispiel bis 70 prozent oder so aber wenn du dann also die überlegung ist ja dann die frage ist ja lohnt es sich einen boxen stop zu machen und verklemmt was 25 sekunden oder fährst du lieber für 45 runden halt in der sekunde langsamer das ist immer so meine überlegung und dann denke ich mir wenn der plan aufgeht das entscheide ich meistens immer alles intuitiv halt vor dem ersten box stop dann gucke ich immer wie lege ich in der zeit wie man runden zeiten wie sehen die reifen aus und meistens ich bin auch jemand ich starte immer gerne mit den härteren reifen also mit geld danach auf soft zu ziehen denn es kann es jetzt ausrechnen also im normalfall sollten die softs mindestens halb so lange halten wie die mediums wenn ich auf den mediums 14 runden fahren kann kann ich auch den soft locker sieben und fragen ganz einfach das ist immer meine rechnung heute waren es doch zwar mehr nicht so gut dafür gehen die mediums umso besser ich jetzt mal die mediums hätte ich bestimmt vielleicht sogar 20 runden fahren können aber wenn ich in brian seine folgen immer anschaue auf youtube dann muss ich immer lachen wenn wenn er irgendwo anruft ihn zum klingelton ist einfach so lustig ja ich werde mir jetzt als bürgermeister glaube ich weil sie manche von den klingelton haben ich fange dann immer selber an mit zu tanzen wenn der losgeht wenn man jetzt auch einen neuen klingelton zugelegt haben kann extra für mich wo kannst du dich noch erinnern an das ich habe fehler gemacht scheiße ja da kann ich mich daran erinnern nein ich weiß abgelenkt man der toni hat mich abgelenkt ich wollte rote reifen ja genau weißt du noch was das war kein tor zum rauffahren um rasen zu gehen ja so war das natürlich kann das sein ja ich habe das ja eine folge kommentiert aber jetzt schon wieder vergessen soll ich das machen bis zum wochenende zum beispiel dem rasen mähen und so nee oder was war das auch das tor ja macht man schlecht zu ziehen genau da wenn wir sogar noch wenn der hat uns den rasenmäher bestätigt wäre das cool ich guck mal ob der auch greta freundlich ist wenn ja kommt er nicht auf schau mal wenn er fehlerfrei ist ich habe ja auch noch mal zwei drei traktoren identifiziert die dann auch mal runter können dass wir die modliste wieder ein bisschen ja genau aber ich glaube gut das geruckel liegt schon ein bisschen da dass man alle ernten grad hoffe ich mal oder nicht wieder besser wird hoch um ja einer hat eine maske auf besser denn wenn man kommt ich denke du bist berg und ich bin ein alfred ne ich möchte alles wird sein ich bin ein alfred cool guter bilder aber der batman ich bin nein ist auch wie heißt der denn die ganzen erfindungen da machten so mensch ich glaube schon gespielt für morgen freeman ja genau morgen geht den altkäse eigentlich machen pflicht wir haben andere masken ach so karneval in venedig mäßig ja weil sonst mit der masken pflicht kann man ja so liebe leute das war nummer eins wir sind sieger heute ich hoffe es hat euch sehr gut gefallen was wir hier gemacht haben ja es war ein einsames rennen da vorne ja war alles richtig gemacht werden zum schluss noch mal versucht doch noch mal die beste runde zu schaffen aber es hat dann doch nicht funktioniert ja waren anstrengend hat spaß gemacht sag ich mal erster platz und wir fallen jetzt noch schön mit den jungs und ich lasse euch noch ein bisschen dabei sein und nach der feier beende ich dann dieses video ich hoffe es hat euch wie gesagt gefallen zum abschluss hinten rein kommen dann noch die highlights mir es gewohnt seid und ich hoffe wir sehen uns bald mal wieder bis denn wir haben einen stall aber das sind noch keine schweine drin ja ich bespritze dich ja mach mal ich mach zurück ich dachte ja nicht mehr welche gestellt bei der wann ja weil ich wollte wollte wenn ich wieder dabei bin jetzt das wochenende bin ich nicht dabei aber wenn ich wieder dabei bin wollte ich zur wanne und wollte welche bestellen deutschland spielt doch gar nicht mehr kann ich kommen da hat auch meine freundin was dagegen und mein die fahrer auch weil wir schauen da immer gemeinsam eben auch wenn deutschland nicht dabei ist okay ich bin ich und mein zielvater wir sind jetzt für die schweiz ich bin immer noch für jamaika dabei wm wo beim islam spiel dass die halbe insel im stadion war ja aber toni dann fängst du am samstag an zu heulen oder so war weil du glaubst doch wohl nicht dass die schweiz über spanien hinaus kommen doch im leben nicht wenn die über frankreich hinweg gekommen sind kommen die auch über sparen ja jedes man sagt auch ein ländes hund findet auch mal ein korn ich baue meinen vorsprung zu chemischen aus mexiko ist das nächste eigentlich auch noch nicht wird der schweiz trotzdem im mexiko gibt es ein dirty sanchez bisselchen aufgeholt bei der vorletzten folge vom ding musste ich ja lachen wo der ronny melf herr kunze genannt hat und der melf so herr kunze ist mein vater das ist mein vater bisselchen bisselchen folg Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020